hey leute und willkommen zu einer runde microsoft bad wars mit mir dem thorben wir spielen auf der map deiner größe 4x3 deiner habe ich glaube ich noch nie gespielt werde ich jetzt zum ersten mal spielen also nein habe ich schon mal gespielt werde ich jetzt zum ersten mal aufnehmen und ja das würde ich mal sagen legen wir einfach mal los hier in 15 sekunden und das war vor allem auch so als kleines info video fungieren weil ja also es ist so dass wir das bei mir also es werden vielleicht in letzter zeit so bis ende märz vielleicht sogar noch ein bisschen später das kann ich nicht sagen von mir nur unregelmäßig videos kommen vielleicht eine große längere zeit sogar gar keiner weil mein zimmer renoviert wird und ja ich musste natürlich mithelfen und das ist aber noch der geringste punkt cool ich bin team grün hat nur zwei spieler bomben der viel größere punkt ist natürlich dass meine sachen auch alle weg kommen das heißt mein schreibtisch kommt weg mein mikrofon muss raus mein pc und ich weiß nicht ob das wenn ich jetzt das im anderen zimmer wieder aufbauen ob ich dann ja richtig videos aufnehmen kann ob das dann von der qualität halt alles passt und von dem platz und dann müssen halt gucken ob sich es überhaupt lohnt dass wir in einem neuen zimmer dann halt noch mal aufnehmen und das muss ich alles mal nachgucken und ja dann werde ich werden wir sehen ob das was bringt also was ich euch auf jeden fall sagen kann ist dass nach der zeit wo das zimmer umgebaut ist wo keine ahnung wo halt also nach den ferien denke ich wird das sein wird die zeit anbrechen in der ich wieder jeden tag im video machen kann also ich weiß noch nicht ich bin mir ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sicher weil der umbau dauert ach allein die möbel lieferung dauert jetzt ungefähr zwei monate muss ich mal gucken ob das dann nach dem ach komm schon torben alter ohne witz ich bin gerade die inkompetentste feilschießende person der welt danke so jetzt komm gib ihm danke da oben will der nächste biefer ich darf meine ausrüstung nicht unterschätzen ich darf nicht in den nahkampf gehen sonst bin ich gleich am arsch hallo torben schießt mal bitte so wie wie es eingebracht wäre zu schießen auf diese gelbe person danke so okay nun sind wir in der mitte das hast du super gemacht worden ja auf welches team müssen wir aufpassen der grüne ist bei mir alter der grüne und ich bereiten das leiter war schloss da kommt ein blauer ein blauer boy passt ein bisschen auf das von hinten gleich keiner mal hallöchen sagt genau die da meine ich ach shit man kriegt ja auch in der geldbase ey mann das ist so unfair ich hasse what the fack was war das denn ja ich verpiss mich der kriegt mich jetzt eh ähm also es ist auf jeden fall die map diner ich finde sie nicht schlecht aber ich finde sie ist auch kein allzu großes highlight kann jeder sehen wie er will ich finde sie ist halt ein mittelding nichts besonderes ähm die einzige sache die hier zu erwähnen wäre ist dass man sehr extrem gut einbauen kann und das werde ich jetzt wohl auch mal tun und weil also nicht extrem gut aber schon gut weil es tatsächlich hier in so einer schönen kleinen nische drin ist und das heißt wir können die nische zubauen und dafür werden uns jetzt ein wenig endstone geben das ist schon mal gut damit werden wir die erste ding unser grüner hält glaube ich immer noch die geile matiker leute ich verstehe das echt nicht was ist denn in letzter zeit hier los der kommt es aber tot mich immer ein bisschen du bist bereits auf dem netzwerk weiß ich natürlich bin ich auch so geil jetzt kann ich wahrscheinlich nicht in die nächste runde doch kann ich tatsächlich cool dann spielen wir wild west leute ihr habt die map deiner kennengelernt würde ich mal behaupten man das kann ja wohl nicht wahr sein ich bin nur noch ein 537 weil ich einfach so viel scheiße mache in letzter zeit und ja das wird natürlich auch noch weiter abfallen in der nächsten zeit aber juckt mich auch nicht mehr also ähm was also ja in den ferien bin ich halt auch weg eine woche lang da wird es aber vlogs geben leute da gibt es vlogs 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 wohin das geht sag ich euch noch nicht das werdet ihr früh genug erfahren und ja genau ich versuche jetzt noch so viel wie möglich vor zu produzieren wenn ich ich habe jetzt nur noch schätze 20 tage premium oder so und die werde ich jetzt auch noch nutzen um so viel wie möglich vor zu produzieren ich hoffe die qualität leidet darunter nicht aber damit also immerhin habt ihr dann videos ja und ja was gibt es sonst noch zu sagen also mein neues zimmer werdet ihr dann vielleicht durch eine room tour mal sehen wenn ihr das wollt könnt ihr mir ja gerne mal hier schon in die kommentare schreiben weil ich das jetzt schon mal ich werde dafür aber das werde ich natürlich auch noch mal dann wenn man es immer fertig ist in dem video erwähnen so ich bin mit dem alphatier geil-o-matico ja wild west kennt ihr ja schon hier mit dem geilen kaktus finde ich ziemlich cool damit muss ich sagen bin ich noch gar nicht so richtig darauf eingegangen und ich bin noch nicht habe noch nicht richtig so gezeigt was hier hinter dem haus ist hier ist nämlich noch so ein geiler alter baum finde ich ziemlich cool muss ich sagen das hat sich richtig gelohnt jetzt oder einmal dahinter gehen nur um euch den schnicken baum zu zeigen ok kaufen wir uns mal ein bisschen rüstung unsere dudes machen das schon in der mitte zack 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 dann das zweierschwert hier dann blöcke und ich bin dann direkt betten kaputt machen während meine maids hoffentlich die mitte halten können das wäre so meine meine traumvorstellung von dies das leben so jetzt hat das spiel verlassen team gelb hat noch zwei spieler starke leistung jetzt schießt und starke leistung jetzt schießt heim warum gehen die alle immer in den brunnen rein ist auch noch gold oder was ich habe das nie verstanden warum die da alle hingehen erstmal aus checken leute gott erstmal muss man da reinkommen das ist schon so eine sache der fakat ist tatsächlich noch gold alpha tier ist bei uns na du tut kommt kombo ok war keine richtige kombo habe auch nur noch drei leben habe halt keine chest plate oh gott das können wir sehen was soll ich da drauf oh gott guckt euch ihnen den schnicken den schnicken boy mal gucken tatsächlich juckt es den einen da nicht dass ich mich gerade zu deren team bewege hat natürlich das ganze gold mitgehen lassen wäre ja auch sinnvoll hätte ich das nach hause gebracht beziehungsweise in der mitte stehen gelassen ok damit hat er mich auch vorbei gelassen es kommt nur noch die frage ob ich das hier schaffe mich hier hinten hoch zu bauen und das uneingebaute bett abzubauen sehr gut torben ist getwreckt ja da hat er mir jetzt natürlich die kombo gegeben juckt mich aber nicht habe das bett abgebaut das war's ok so das erste hat schon mal funktioniert meine duels passen zwar nicht auf die mitte auf liegt da etwa eine chest plate drin tatsächlich liegt da eine chest plate drin leute ich habe immer noch keine optifine drauf leider aber wir können ja mal einen shader machen wenn ihr wollt shaders welchen nehmen wir den rudoplays oder lieber so und so ist ich weiß halt nicht wie sehr es dem spiel hier schadet aber ich muss sagen irgendwie finde ich das nicht so geil oder leute weil das ist dann alles die umgebung ist dann zwar wunderschön aber irgendwie lenkt das halt ein bisschen vom spiel damit den ganzen schatten und so das mache ich wieder aus so geil o matico jetzt haben wir wieder null shader drin sieht zwar nicht mehr hübsch aus warum haben wir ich meine what the fuck was ist das denn bitte warum haben wir da so ein ding oben drauf was bringt uns das denn das ist einer von uns gewesen ich hoffe doch wenn es keiner von uns war haben wir gleich ein ordentliches problem also wenn wir das spiel sind in paar sekunden erfahren wenn es heißt das bett dann ist teams oder abgebaut dem ist nicht so alles klar glück gehabt einmal kurz nur checken wir es hier noch von unten aus ne dem ist nicht so ach der der schnieke bäubel dass wir hier hoch gehen warum verstehe ich nicht ist eigentlich ein bisschen leichter dann für die gegner hier hin zu kommen irgendwie habe ich das feeling das feeling von die von die gefühl okay wenn ich schaffe zu grün zu gehen wäre echt ein highlight find ich nicht in ordnung was er gemacht hat ich habe einen block gesetzt vielleicht kann ich da draus springen und dann mich zu den bauen das wäre echt amazing aber ihr zuger pvp hat einfach die zu dicken pvp skills für mich weiß das versteht war eigentlich direkt klar dass ich gegen den verliere kann sich das jetzt immer bitte von den shadern beruhigen so ja die chillen jetzt alle in der Mitte das war das problem was wir am anfang gemeint haben hier mit dem ich das oh nein da kommt die zuger pvp warum hat sich unser dude eigentlich ein eisenschwert gekauft anstatt einen bogen finde ich auch nicht gerechtfertigt holy shit ich glaube jetzt nicht gecheckt ich glaube jetzt echt nicht gecheckt dass wir hier unten am chillen sind jetzt nicht verstanden ey geil ohmatico so jetzt sind wir auch schon aus der Mitte nicht mehr zu entdecken und können es ganz entspannt hier unten lang bauen um dann gleich eine sehr sehr sneaky ah shit jetzt ist wieder eine in deren base das hätte vermieden werden sollen um dann gleich ganz ganz sneaky sich hier hoch zu bauen boah das ist echt sneaky auf jeden Fall das sneakigste was ich je gemacht habe in meinem Leben alter was willst du denn ich bin doch gar nicht in dem Team ohne Witz was soll das denn willst du mich jetzt eigentlich komplett verarschen dude oh Junge das ist so witzlos ne was macht der denn was macht der Dude denn bin ich in seinem Team nein bin ich nicht warum schießt er mich ab ich will zu grün gehen jetzt geht er gleich drauf ey geil ohmatico boah alter was für ein Idiot ich wollte zu Team was weiß ich grün da rennen und er was war das denn für einer anstatt dass wir zusammen Team grün meistern ne ne leute er geht erstmal voll auf mich bester Mann auf jeden Fall mal gucken ob wir den ganz sneaky Abgang hier machen können oder ob wir den Lay PVP noch mitnehmen oh mein Gott amazing trick oh mein Gott er ist down da ist er down das war schön ey das war richtig toll so dann versuche ich nochmal schnell zu grün zu gehen ich bezweifle dass ich das schaffen werde aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert ah shit das ist ja zu amazing gewesen hätten wir jetzt auch noch bekommen der Bogen ich sehe es nicht okay das heißt ein Versuch ist es wert das ist ganz schön hier hoch zu bauen schnell wäre es jetzt nicht unbedingt aber wenn wir uns aufs Haus bauen haben wir vielleicht die Chance auf der anderen Seite wieder runter zu gehen oh mein Gott Torben deine Logik ist echt atemberaubend die meisten bauen nämlich nur den Weg zu und verstehen nicht das Bett oben auch zugebaut werden sollte denn sonst hast du ein offizielles Problem und zack da kriegt er den Kick von hinten sehr sehr geil jetzt müssen wir nur noch ihn hier weglocken komm her komm her komm her süßer boy okay ich würde sagen wir verstecken uns einfach hier irgendwo oh Gott jetzt werde ich von hinten abgeschossen das ist aber nicht so cool da da hören wir aber er ist der letzte ja okay es sind nur noch ein blauer und ein grüner da der blaue befindet sich dort vielleicht kann ich den gleich überraschen ein bisschen surprise ne er hat mich lol ich dachte er schießt auf unser Team na ich bin so inkompetent was war das denn ich bin einfach an dem Zaun festgehangen okay wir brauchen unbedingt so ein Knüppel Spitzhacke wäre vielleicht auch nicht schlecht warum tue ich das immer auf die 2 so dann das und das okay ähm wir haben hier überall Fallen hingebaut das finde ich gut endlich mal wenn ihr übrigens immer die Tür auf und zu hört das ist mein Bruder ähm wir sind halt gerade am umbauen und manchmal muss hier halt die Tür auf und zu gemacht werden okay number one is down okay warte Leute ah shit das war knapp ähm jetzt wäre es aber mal nett wenn die Tür zu bleiben könnte weil das regt mich langsam auch ein bisschen auf ähm so na alter was soll das denn upsala ich glaube jetzt ist er durchgegangen ja ohne diese zu zu machen sind die besten mhm ja dass ich dann vielleicht jetzt mal entscheiden könnte was war das denn er hat geschossen ohne dass ich gesehen habe dass er geschossen hat weil es lebt nur noch er so jetzt ist er wieder durchgegangen Tür zu gemacht natürlich weißt du das nervt doch alter ohne witz wenn warum versteht er denn nicht dass ich auf egal so sind kleine Brüder Leute so sind kleine Brüder mhm okay das wird sich ändern wenn ich endlich umgebaut habe hier und dann wieder das Zimmer für mich habe wenn er hier ständig durch muss und in sein Zimmer da hinten rennt das ist ähm ja das ist echt gerade eine ungünstige Frage ob ich Intel E7 habe ich kann das jetzt beantworten ja habe ich aber im Spiel beantworte ich dir das jetzt sicher nicht Tom wurde getötet Tom wurde getötet Tom wurde getötet Mama wurde getötet Papa what the fuck und wer das denn jetzt Tom Mann alter jetzt baut ihr den Weg ab und die kippt sich da bis der Eisen Ender Perle Eisen Ender Perle auf jeden Tom auf jeden du hast das System verstanden bis der da richtig dicke kippt ist oder was so da wird das ein bisschen besser eingebaut alter ist das jetzt das könnt ihr bitte mal die Tür zulassen wenn ich aufnehme Dankeschön Mann Mann so okay Dankeschön zu großzügig das ist langsam aber echt ein bisschen nervig was mein Bruder da veranstaltet warum trifft er mich denn immer Mann das ist jetzt wieder so low weil es jetzt kennt ihr die ganze Zeit in der Mitte bisher richtig voll equippt ist anstatt jetzt einfach mal zu uns rüber zu raschen Mann wie sollen wir das denn jetzt anstellen das ist jetzt wieder so jetzt bekämpft er die ganze Zeit in der Mitte Ende das war's und am Ende tödelt er uns da das ist wieder richtig typisch typische Runde wie das jetzt der eine verkämpft sie in der Mitte weil die anderen nicht aufgepasst haben und ihn in der Mitte verkämpen lassen haben sich verkämpen lassen haben gut manche sind dann auch zu dumm und springen selbst runter der Weg ist der der hat den Weg ja fast komplett abgebaut ey er kommt ein bisschen Alter der geht Och Mann Alter ey der geht mir jetzt so auf den Sarg Entschuldigung das ist jetzt äh falls man sich jetzt wieder beleidigen aber der macht jetzt wieder so ein Theater Am Ende fällt er gleich wahrscheinlich runter und stirbt an seiner Dummheit Alter komm ich hab nichts bitte spame mich jetzt nicht weg Okay man hat eben gesehen dass ich auch ohne irgendwas Leute töten kann ohne irgendein Equip zu haben Leute töten kann so war das gemeint Okay wenn ich mich jetzt nicht beeile dann kann ich vielleicht wenigstens ein bisschen den Bau ja okay ich konnte den Bau ein wenig vorantreiben das ist gut und alter mich juckt hier mein Arm das nervt falls ich mal so mache dann bist du ähm ähm das ist schon ein bisschen nervig jetzt dass er sich die ganze Zeit in der Mitte verkennt also insofern dann ist natürlich ein Goldspawner an der Base schon praktisch aber insgesamt wenn ich mir eine Map aussuchen könnte also wenn ich gerne also ich hätte schon natürlich gerne eine aber wenn ich mir jetzt eine aus wenn ich mir jetzt keine Ahnung was glaube ich also ich hätte ja gerne mal eine Bad Wars Map wie jeder wahrscheinlich also so zumindest also nicht auf dem GOMOS Server sondern einfach für uns zu spielen und ähm ja da die wäre für mich dann perfekt indem wir kein Eisen in der Base haben sondern einen Spawner nehmen jetzt holt er sich nämlich die Enderpearl und wirft sie dann zu uns rüber also die wäre perfekt für mich wenn wir kein Gold in der Base haben sondern in der Base nur ein ähm in der Base ein Eisen und ein Bronzespawner der Eisenspawner kann wahlweise natürlich auch auf den Inseln sein je nachdem wie man das schöner hinkriegt aber wichtig ist halt für mich dass der Goldspawner dass Goldspawner nur in der Mitte sind dann kann man nämlich diese Taktik vom Bad Wars viel besser ausleben und was ist mir noch wichtig mir ist noch wichtig dass ähm dass 4x3er Team sind natürlich weil wir bereits bestimmt alle wissen wir stehen Team Concept LP aus genau 3 Leuten wenn ich mir Tobi und Flori und da sind solche 3 Runden natürlich schon ein Vorteil wenn man die spielen kann ähm Leute wir dürfen das jetzt hier nicht zu sicher angehen der wirft sich gleich von seinem Team da hinten rüber so und ähm ist mir sonst noch was wichtig? keine Ahnung nö das wären so meine Vorstellungen von der Schnicken Bad Wars Map der Rest wäre dann dem überlassen der die baut davon habe ich natürlich keine Ahnung also ich würde es wahrscheinlich hinkriegen so also aber mir fehlt einfach der Ideenreichtum und boah was ich auch also das wäre mal so ein Ding was ich haben möchte was ich mal gucke ob keine Ahnung vielleicht kriegt man das ja irgendwann mal oder so wenn man größer wird oder was ich noch unbedingt mal haben möchte ist so ein Optifun Cape das werde ich mir auch mal irgendwann zulegen muss man ja einfach spenden für Optifun oder ich weiß es nicht ich habe das noch nie so richtig verstanden jetzt möchte ich aber mal dass die Tür langsam zu bleibt ey Mann vor allem die rennen auch immer durch die Aufnahmen in der Facecam neues Zimmer ey ich komme bald beziehungsweise hoffentlich kommt das Zimmer bald so war das gemeint weißt und dann wird die Tür noch nicht mal mehr zugemacht jetzt ist die auf super und nochmal durchrennen geilomatiker so da ist die Enderpelle geworfen alles klar er ist oben Leute er ist on the top of our house oh er er drinkt die Stärke ok wenn wir den hier zu dritt abfangen beziehungsweise zwei mit Schwert haben oh jetzt lässt er sich tot spammen ey oh fuck fuck Boxing 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 hoch 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 das ist scheiße das ist scheiße das ist jetzt ein Problem siehste das genau das habe ich gemeint weil jetzt kriegt er uns einfach alle noch dadurch dass er die ganze Zeit die mit hatte durch diesen scheiß Stärketrank waren wir alle instant down und zwar instant wenn ich instant sage dann meine ich auch instant so jetzt löst er unsere Traps aus weil der uns jagt ok wir müssen uns verstecken was anderes bleibt uns leider nicht übrig wenn man hier reinkommt Alter ich bin zu innen gekommen denn um hier rein zu gehen geil hier haben die zugebaut bestes Leben ja Leute das war's wir haben die Runde tatsächlich noch verloren wenn man einmal zu inkompetent war die Mitte zu halten ich weiß auch nicht was meine Typen die ganze Zeit gemacht haben aber komm ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht so jetzt snackt er mich good morning boy yo läuft bei dir Mann Alter das verstehe ich nicht weißt du wieso hat man so ein Team er läuft die ganze Zeit mit dem Eisenschwert rum und so und ach Gott ja super hat es die ganze Zeit die Mitte ähm der Chance ist am Ende der Runde deaktiviert what the fuck das habe ich ja das ist neuer okay ähm ja Leute dann würde ich mal sagen aus einer Runde sind wir rausgeflogen welche war das nochmal äh Deiner und äh die zweite Runde aber verloren ist auch ne super Folge gewesen hier dann ist mein Bruder die ganze Zeit rein und raus gelaufen herzlichen Glückwunsch Torben das war echt spitzenmäßig besser hätte die Folge niemals sein können ähm ja okay kann man nichts machen Leute ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen lasst mir mal ne positive Bewertung da schreibt bitte in die Kommentare ob ihr mal ne Roomtour haben wollt oder nicht und ob ihr keine Ahnung was ihr sonst noch so alles haben wollt ja Leute wir sind uns am nächsten Mal wieder haut rein und ciao